So, noch mehr hier? Oder... Was, das? Wirklich? Oh. Na gut. Dann auf zu Chloe. Jetzt haben wir ja alles gesehen. Splish Splash! Okay, los geht's. Das ist wirklich keine gute Idee. Oh. Na, das hoffe ich mal auch. Wo zur Hölle könnte denn hier das Licht sein? In dem Raum? Nein. Ist auch nichts. Das ist ein Notausgang. Durch den werden wir vielleicht sogar entkommen. Was ist denn das? Ha, der dreht sich sogar rückwärts. Sehr cool. Jetzt... Ich sehe hier nirgendwo Lichtschalter, um ehrlich zu sein. Bin ich blind oder ist das vielleicht hier in der Ecke? Hä? Oh. Ich bin wirklich blind. Was ist das denn? In dem Fall, wenn ich aus Luft stehe, weiß ich, woher ich komme. Oh, hier... Ja, hier ist es. Aber ich will mir erst mal alles andere angucken. Also, der große Plan ist... ...Win. Das ist kein schlechter Plan. Wenn er aufgeht, äh, dann haben sie auf jeden Fall gewonnen. Definitiv nicht, nein. Ähm. Weiter rumschnüffeln. Ja, wir haben es. Orders. Werden wir richtig für belohnt, rumzuschnüffeln. Kaffee und Swimming. Gute Combo. Sicher? Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Aw, schau dir das Baby Halloween-Pumpkin. Niedlich. Okay. Ich sehe hier nicht mehr. Pool Archives. Pool Archive bringt uns nichts. Jetzt habe ich die Kraft über Licht und Tod. Und Zeit. Nicht vergessen. Oh, das ist natürlich cool. Eine Poolbeleuchtung. Daran habe ich gar nicht gedacht. Wir müssten uns noch umziehen, sonst wird es nicht viel mit schwimmen. Da sind alle Klamotten und... Zack. Was ist jetzt mit uns? Ja, dann müssen wir uns doch erst mal umziehen. Wenn ich wüsste, wie das geht. Können wir nochmal zurückspulen. Ich meine, irgendwo hier muss es sein. Seidens, wir haben hier keine Möglichkeit, uns umzuziehen. Äh, ich glaube, das geht hier nicht. Ich glaube, wir müssen das auch draußen am Pool machen. Oh, okay. Ich wollte doch nur nochmal ein Stück... Oh, was ist das denn? Na, noch eins davon. Sorry, Rachel. Da ist sie reingesprungen. Und jetzt? Wie kommen wir jetzt da rein? Hm. Oh, super. Oh, super. Oh, man. Hey, Wasserphysik. Why, look. An Otter in my water. Dun, 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 dun. You are so obvious. And I still get freaked out by that movie, so stop. I can't even watch any of those shark shows. Das ist so dämlich. Aber na gut. Warum nicht? Ich würde einfach riecheln und riecheln dir. Otter's Revenge. Schitter. Ja, du wirst das nicht wissen. Au. Hm? Ja, du wirst das nicht wissen. Tja, dank dir. Nicht in dieser Zeit. Aber das ist, weil du da bist, um zuerst meine Kraft. Also, es ist Zeit, um zuerst in Zeit zu gehen. Und wir sind sicherlich verbunden, weil, ohne mich, du hätte nie je Kraft gefunden, richtig? Absolut. Du machst mich fühlen, wie ich weiß, was ich mache. Und du machst mich fühlen, wie ich noch eine Chance bin, um in Arcadia Bay zu sein. Ich hoffe, so. Stopp, du bist so schuldig. Ich bin humbel. Du bist schon die mächtigste, die Best 리 Kombat AdsCon size, die ich kennst. ages Rachel Amber? Japp, ich bin nicht ihr Gruppi. Okay? Und ich habe sicher, dass du alles euch auf dich hast. Wie Warren? Hahaha, jetzt können wir Gross sagen, wirklich. Äh, Pum-Pum-Pum, das... Warren ist... ...nice. Nice? Ouch. Das bedeutet Friendzone. Nein, er ist wirklich cool. Es war so süß, als er zu Nathan stand. Aber ich habe ihm nicht über meine Rewind-Puhr gesagt. Nichts, ja. Als du dich übernimmst, wirst du den Weltkrieg machen. So lange, als du da mit mir bist. Du siehst nicht so schade. Ich werde dich nie verlassen. Hoffentlich. Jetzt wird es kalt in hier. Ich dachte, es sei ganz warm dann. Weil wir jappen, stattdessen zu uns. Outer vs. Shark-Style. Ich, äh, denke ich habe meine Pum-Erfahrung für das Jahr gehabt. Lass uns gehen. Lass uns das ein Dreh. Ich werde meinen Arsch wegziehen, wenn ich rauskriege. Gut möglich. Es ist ja ziemlich spät. Dann aber auf und weg hier. Wir haben ja jetzt alle Pfeils und so. Alle Sachen, die wir brauchen. Es liegt daran, dass es so ist. Oh, oh. Jetzt aber schnell. Oh, wo? Könnte man sie... Ja, hier drin ist wahrscheinlich nicht sehr schlau. Hier drin. Ach, komm schon. Ich dachte, wir sollen uns verstecken. Na ja, gut. Ah, okay. Na, super. Wie gesagt. Sagt, hier rein. Warum... Warum funktioniert das nicht? Das ist ja doof. Hallo? Das ist aber schnell. Hier bin ich definitiv nicht sicher. Denke ich mal. Das war so klar. Oder? Nee. Ich glaube, ich bin hier wirklich sicher. Puh. Hast du wirklich was gehört? Oh, oh. Wer ist hier? Ich habe eine Flaschleiter und eine Stücke. Wir sind so unverwenden. Aber wie sie einfach sprechen, während die... Die sind doch nicht mal 10 Meter entfernt. Das hätten sie doch hören können. Naja, gut. Wir sind sicher. Warte. Ja, aber hier hätten wir ja schon... Könnten wir es ja schon verleugnen. Oh, das ist Bullshit. Naja. Geh' ich zurück zur Tür, jetzt. Du bist ein Blackwell-Fugierer. Du crash' in mein Platz heute. Du hast mich crash' mit dem Blackwell-Security-Officierer. Du bist sicher. Okay. In das Auto. Auf geht's. Ja, wenn sie den startet, hört jeder. Oh, so dumm. Haha, später, fuckers! Max, du rockst! Wir sind so fucking awesome! Haha! Ja, wir sind so. Immerhin, das hat funktioniert. Da soll's nichts. Da sind wir. Haha, jetzt müssen wir auch noch aufpassen, dass wir da nicht irgendwie entdeckt werden, oder? Aber ich glaube, wir sind ganz sicher. Noch mal Glück gehabt. Ganz entspannt. Und die Sachen haben wir ja jetzt auch. Die müssen wir uns mal nochmal genauer durchlesen, hä? I can't sleep. Beide schlafen. Genial. Sollen wir sie wecken, oder erst mal so gucken, was los ist? Oh, okay. Oh, man, die beiden, ey. Schon sehr gut. Ganz entspannt alles. Das ist eine gute Idee. Und das ist eine gute Idee. doch nur stetig ist hänger am morgen die ist ja die geliefertigen abhängig hat die gepackt bei kursen würde das kohle habe testet anstatt in die führung von der warte erliebt ich finde die immer mehr geht es muss können das wäre auf jeden fall keine schlechte idee jetzt können wir einfach entspannen Ja, aber so ohne Musik ist das natürlich nicht so gut. Ihr kriegt ja Musik. Aber ich denke auch jetzt, dass hier nichts weiter passiert. Oh, doch nicht. Aber es war großartig. Ich muss nachzudenken, was für ein Kriminein ich geworden bin. Last Nacht war nur der Knie des Eisbergs. Ich muss sagen, es war ziemlich cool, den Blackwell Gym zu nehmen. Heute die Gym, morgen die Welt. Wir müssen es aufstehen. Wir müssen immer noch aufmerksam sein, wie ich meine Kraft benutze. Ich will nicht in Zeitung verhalten. Na gut, ich glaube, mehr passiert jetzt wirklich nicht. Dann stehen wir mal auf. Und ziehen uns an. Okay, ich muss jetzt getrennt werden. Definitiv.